Moin moin Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Nicht nur bei mir privat ändert sich aktuell sehr sehr viel, wie ihr vielleicht auch im Hintergrund seht, sondern auch in der Final Fantasy Welt. Viele Klassen wurden gebasst mit 6.1 und dem Nachfolgepatch und wir wollen uns heute mal anschauen, inwieweit das in der Tierlist aussieht, was sich da im Vergleich zum letzten Mal geändert hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie eure Mainklasse da abschneidet, dann bleibt dran, los geht's nach dem Intro. Ja, fangen wir vorab erstmal mit dem Wichtigsten an. Ihr wisst ja, und das habe ich bei meinen letzten Tierlist Videos auch schon gesagt, ihr könnt mit jeder Klasse, egal wie die hier eingerankt ist, in den Savage Raid gehen oder auch in den Ultimate oder whatever. Das hier ist nur just for fun, zum Einordnen der Klassen, zum Gucken, okay, wer könnte vielleicht nochmal einen Buff gebrauchen und wer nicht und wer ist momentan einfach sehr sehr stark. Das alles hier ist auch nur meine persönliche eigene Meinung, das heißt, da kann auch jeder da draußen eine andere Meinung haben, das ist auch gar kein Problem, ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Bleibt aber sachlich und bitte flamet nicht rum, nur weil vielleicht eure eigene Klasse nicht so hoch eingerankt ist, wie ihr sie selber seht. Fangen wir wie immer mit den Tanks an und da würde ich ganz klar alle Tanks relativ gleich einordnen, weil wenn wir uns jetzt mal den Schaden angucken, sind die Tanks alle sehr sehr dicht aneinander dran. Wir haben natürlich hier einen kleinen Fall nach unten, wo dann der Warrior und der Paladin nicht ganz so krass aufholen können im Vergleich zum Gunbreaker und Dark Knight. Allerdings, gerade beim Warrior, wisst ihr, bin ich mega der Fan davon, von dem ganzen Selfie, was er mit hat und es dadurch auch für die Gruppe leichter macht, als Main Tank, sage ich mal, den oben zu halten, beziehungsweise was auch noch dazu kommt, ist, dass wenn die Heiler weniger heilen müssen, natürlich auch mehr Schaden machen können, was ja prinzipiell auch gut für die Gruppe ist. Der Paladin hat zwar hier noch einen leicht höheren Peak als der Warrior, allerdings sehe ich den Warrior da auf jeden Fall noch ein Stückchen weiter vorne als den Paladin. Deshalb würde ich tatsächlich als allererstes den Gunbreaker einordnen, den würde ich auch ins S-Tier packen, einfach um zu honorieren, dass das aktuell der Tank ist, mit dem man am meisten Schaden machen kann. Dann würde ich den Warrior ins A-Tier packen, dann den Dark Knight, den Dark Knight auch leicht nach dem Warrior, einfach nur deshalb, weil er halt immer noch durch seine Involve sehr, sehr stressig ist. Es hat sich durch 6.1 zwar schon ein bisschen verbessert, indem er dann seinen Selfie bekommt, während er in dieser Living-Dead-Phase ist und sich selber mit hochheilen kann, mit Attacken, die er macht. Allerdings finde ich, es ist immer noch die schlechteste Involve und daher finde ich, ist der Warrior noch einen Ticken vor ihm. Und dann kommt der Parler. Das, wie gesagt, ist Meckern auf hohem Niveau. Die Tanks sind alle sehr, sehr dicht beieinander. Du kannst mit jedem Tank tatsächlich auch ohne Probleme in den Savage gehen und du kannst auch mit jedem Tank als Main Tank oder Off-Tank reingehen. Das funktioniert beides. Von daher eigentlich alle relativ gut gebalanced und relativ dicht aneinander dran. Gucken wir uns als nächstes die Heile an. Auch da wechsle ich nochmal rüber zur Damage-Ansicht. Wie wir sehen, ist der Astrologe ein Ticken hinter den anderen. Nichtsdestotrotz auch alle sehr, sehr dicht aneinander dran. Von 4,6 sage ich mal, bis 4,4 beziehungsweise das ist ungefähr ein Damage-Unterschied von 230 DPS, vom besten bis zum schlechtesten. Das ist völlig in Ordnung. Ich werde die trotzdem ein wenig anders anordnen, als es hier der Fall ist. Ich erkläre es euch auch. Und zwar ist der Astrologe im S-Tier. Und das, obwohl er am wenigsten Schaden macht. Das hat folgenden Grund. Und zwar kann man gerade mit dem Makrokosmos extrem gut die Gruppe oben halten und manche Mechaniken sogar auch cheesen. Gerade bei P3S, bei der Phase, wo wir den Debuff bekommen und weniger Heilung erhalten können, etc., etc., ist dieser Skill Gold wert. Und auch in vielen, vielen anderen Mechaniken ist der Gold wert. Der hat eine unglaublich große Range und macht es für beide Heiler deutlich leichter, die Gruppe hochzuheilen nach bestimmten Mechaniken. Und das im Umkehrschluss bedeutet ja auch wieder Damage, weil die Heiler nicht heilen müssen und dann weiter Schaden machen können. Und deshalb sehe ich ganz klar den Astrologen hier im S-Tier. Danach tatsächlich alle drei und auch wenn die jetzt hier nacheinander stehen, auf gleichem Level. Ich kann die natürlich nicht alle auf einen Spot packen, aber ihr müsst euch vorstellen, die sind für mich alle drei auf einem Level. Jeder hat so seine Vorteile, die er mit reinbringt. Auch beim White Mage ist das Gute, dass er jetzt dadurch, dass er seine Blutlilien benutzt, keinen Damage-Lust mehr hat. Da wurde die Potion-Szene nämlich angepasst, sodass ihr, sag ich mal, dass es sich für euch auch lohnt, eure Linien zu benutzen und nachher die Blutlilie rauszuhauen. Das ist jetzt tatsächlich kein Damage-Lust mehr. Von daher, alle drei auf jeden Fall auf einem Level. Ist auf jeden Fall sehr gut gebalanced bei den Heilern. Nächstes die Meleys an und da kann ich schon mal sagen, ist es ganz gut, dass ich 6.11 abgewartet habe, weil ich zu 6.1 tatsächlich noch ganz anders eingerankt hätte. Mit 6.11 allerdings hat der Samurai noch mal einen Buff bekommen. Dadurch, dass er bei 6.1 nämlich insoweit umgeändert wurde, dass Kiten weggefallen ist und allgemein ein paar Potions-Ziehänderungen gemacht wurden, ist er erst mal deutlich abgefallen im Vergleich zu den anderen Klassen. Konnte aber durch den Buff aus 6.11 noch mal ordentlich an Stärke dazugewinnen. Und da schauen wir uns die Damage-Zahlen an. Der Samurai aktuell auf Platz 1 in der letzten Woche hat auch einen sehr guten Peak. Allerdings hier noch mal beim Monk und beim Ninja mehr. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Auch bei ADPS sieht man, kann sich der Samurai deutlich von den anderen Klassen abheben, was es tatsächlich sehr, sehr profitabel macht für alle Buff-Klassen. Dancer, sag ich mal, sollten da auf jeden Fall schauen, dass die ihren Tanzpartner auf jeden Fall dem Samurai geben, weil die da mit am meisten profitieren. Und demnach ist aktuell der Samurai für mich wieder im S-Tier. Das hätte zu 6.1 tatsächlich noch ganz anders ausgesehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Samurai sich jetzt im Vergleich zu 6.0 noch deutlich anders spielen lässt. Ich finde, er ist ein bisschen hektischer geworden. Er ist allgemein dadurch, dass er ja mit 6.0 auch Positionals bekommen hat, die Schaden machen und nicht mehr Positionals, die einfach nur den Jobbalken füllen. Hat den Samurai auf jeden Fall schon mal ein bisschen schwieriger gemacht zu spielen oder ihn schwieriger gemacht, um damit hohen Schaden zu fahren. Man muss sich also jetzt noch ein bisschen besser mit der Klasse auskennen. Allerdings, nichtsdestotrotz, Samurai ganz klar auf Platz 1 der kompletten DDs, so viel kann ich schon mal sagen, im S-Tier. Schauen wir uns als nächstes den Ninja an. Und den Ninja, den werde ich auch ins S-Tier packen. Hier sehen wir, dass er sogar einen größeren Peak haben kann als der Samurai. Und das liegt daran, da er selber ja nochmal seine Gruppen-Utility mitbringt. Und je nachdem, wie stark die Gruppe ist, kann er da an RDPS nochmal deutlich dazu gewinnen. Er ist auch nicht so weit weg vom Schaden her im Vergleich zum Samurai. Das macht ihn auch sehr, sehr stark. Allerdings, und das ist der einzige Minuspunkt, den man am Ninja überhaupt nennen kann, es ist meiner Ansicht nach mit die schwierigste Klasse in ganz Final Fantasy. Bedeutet, wollt ihr tatsächlich einen guten Ninja spielen, ist es auf jeden Fall sehr, sehr zeitintensiv und ihr braucht sehr, sehr viel Übung, um überhaupt diese Schadenzahlen fahren zu können. Ähm, und da muss ich sagen, machen es die anderen Klassen einen deutlich einfacher. Dann haben wir als nächstes den Monk. Wo ist er? Äh, da. Der Monk, solides, gutes A-Tier, mit dem fährt man auch super guten Damage. Ähm, und dann auf gleicher Stufe auch der Reaper. Da können wir auch nochmal kurz reinschauen. Monk auf Platz 3, gar nicht so weit weg vom Ninja. Auch hier kann der Monk einen größeren Peak haben als der Samurai. Liegt natürlich auch an seiner Gruppen-Utility. Ähm, der Reaper ein bisschen weiter abgeschlagen im Vergleich zu den anderen. Bringt aber auch nochmal seinen 3% mehr Damage-Buff mit. Alle 120 Sekunden für 20 Sekunden, was für die Gruppe auch schon ziemlich nice ist. Und hat eigentlich auch mit seinem Shroud einen ziemlich guten Burst. Gerade wenn man so in Add-Phasen oder Sonstiges ist, kann man da auf jeden Fall auch sehr gut den Reaper spielen. Der Dragoon, den würde ich tatsächlich noch einen Ticken vor dem Reaper einordnen. Aber auch im A-Tier, der hat auch nochmal die Änderung bekommen, dass seine Jump-Animationen ein bisschen verkürzt wurden. Ähm, und das macht auf jeden Fall gerade die, äh, gerade das Movement mit dem Dragoon deutlich angenehmer. Alles in allem kann man hier also sagen, ähm, man könnte vielleicht dem Reaper nochmal so 10 oder 20 Potions, die hier oder da geben. Aber prinzipiell sind die Meleys auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und ausgeglichen gebalanced. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall auch nicht beschweren. Schauen wir uns als nächstes die Mage-DDs an. Da gucken wir uns auch nochmal die Schadenzahlen an. Wir haben auf Platz 4 vom Damage-Head den Black Mage. Ähm, dazu sage ich gleich nochmal was. Wir gucken uns aber zuerst den Summoner und den Red Mage an. Hier sehen wir der Summoner auf jeden Fall, ähm, auf demselben Peak ungefähr wie der Red Mage. Nichtsdestotrotz overall, ähm, im Medium-Bereich ein bisschen stärker als der Red Mage. Das heißt, da scheint der Red Mage wohl ein bisschen anspruchsvoller zu sein, auch was, ähm, den Damage angeht, um halt denselben Damage fahren zu können wie der Summoner. Das hat natürlich auch mit dem Movement zu tun, den der Summoner mit sich bringt. Ähm, ähm, und dementsprechend sieht das auch in der Tierliste so aus, dass der Summoner hier ins A-Tier als allererster Mage kommt. Der Red Mage direkt dahinter. Und jetzt packen wir den Black Mage ins B-Tier. Warum das der Fall ist, obwohl er eigentlich auf Platz 4 steht, erkläre ich euch jetzt. Und zwar haben wir einen Black Mage, der eine sehr, sehr große Range im Medium-Bereich hat. Das heißt, um mit dem vernünftigen Schaden fahren zu können, ist man sehr, sehr auch von seinem Movement abhängig. Der Black Mage ist deutlich schwieriger zu spielen als ein sehr mobiler Summoner, der gleichzeitig noch retzen kann. Also demnach auch noch einen zusätzlichen Vorteil mit in die Gruppe bringt. Genauso wie der Red Mage, der auch nochmal mit seinem Dual-Cast, gerade im Progress, einen sehr, sehr guten, ähm, Vorteil für die Gruppe mit dazu bringt. Und auch deutlich mobiler ist als ein Black Mage. Wenn wir uns jetzt auch nochmal das ADPS angucken, ist der Black Mage zwar auf Platz 2, aber deutlich abgeschlagen vom Samurai. Bedeutet, ähm, auch im Peak, dass ihr da auch ADPS-technisch nicht mal ansatzweise rankommt. Und demnach für die Schwierigkeit, die der Black Mage mit sich bringt, um vernünftigen Schaden fahren zu können. Und dadurch, dass er beim Samurai sehr, sehr hinterherhängt, auch was ADPS angeht, ne. Der Black Mage ist ja auch einer, der keine Gruppen-Utility mitbringt. Deshalb packe ich den ins B-Tier. Ist auf jeden Fall eine Klasse, die auch nochmal ein bisschen gebufft werden sollte. Ähm, ich denke nicht, dass ein Black Mage da den Samurai so weit hinterherhinken sollte. Da müsste ich, äh, sag ich mal, beziehungsweise ich fände es da deutlich besser, wenn Black Mage und Samurai ungefähr auf einer Stufe wären, wenn die auf Augenhöhe sich begegnen könnten. Last but not least, Physical Range. Schauen wir uns die als allererstes mal hier an, im Schadensbereich. Wir sehen, die bilden alle drei das Schlusslicht, Maschinist als drittletzter. Dann kommt der Barde und dann kommt der Tänzer. Ähm, ich werde das nichtsdestotrotz auch anders einordnen. Und zwar werde ich den Baden ins B-Tier packen, den Tänzer auch ins B-Tier und den Maschinist ins C-Tier. Das hat folgenden Grund. Wenn wir uns jetzt die Schadenszahlen einmal angucken, sehen wir, dass der Maschinist zwar vor dem Baden und dem Tänzer ist, allerdings der Tänzer und der Barde einen deutlich höheren Peak haben. Das heißt, das Maximale, was die aus ihrer Klasse rausholen können, ist deutlich höher als das, was der Maschinist kann. Das liegt natürlich an der Gruppen-Utility, die die beiden Klassen mit sich bringen. Wenn ich eine sehr, sehr gute Gruppe habe, die sehr, sehr guten Schaden fährt, dann kann ich auch als Barde oder Tänzer einen deutlich besseren R-DPS fahren. Der Maschinist allerdings ist auf sein Skillset begrenzt. Er bekommt nirgendwo außer von dem Schaden, den er selber für sich macht, nochmal irgendwo was dazu. Und ist dadurch gerade bei dem Peak deutlich abgeschlagen im Vergleich zu den anderen beiden Klassen. Allgemein denke ich, dass alle Physical Rangers nochmal einen Buff bekommen müssten. Der Maschinist allerdings sollte sich eher hier irgendwo einreihen im Mittelfeld. Sage ich mal so Höhe Dragoon in dem Bereich oder auch Höhe Reaper. Da kommt er aktuell noch nicht ran. Die Buffs, die er in der Vergangenheit bekommen hat, sind alle so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein. Dann mal wieder hier ein bisschen Potion C, da ein bisschen Potion C. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Physical Range Klasse, die keinerlei Gruppen-Utility mitbringt. Und daher auch es sehr, sehr schwer hat, einen guten Peak zu fahren im Vergleich zu den anderen Klassen, den anderen Physical Range, die da ihre Gruppen-Utility mitbringen. Ja, abschließend kann ich nur nochmal wiederholen, es ist natürlich völlig egal, mit welcher Klasse ihr in den Savage-Bereich reingeht. Solange ihr eure Klasse beherrscht, werdet ihr den Boss auch legen. Daher nehmt das Ganze nicht zu ernst und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo ihr vielleicht noch denkt, was gebufft werden könnte oder was genervt werden sollte. Oder wo ihr vielleicht noch Änderungspotenzial seht. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten kann ich nur sagen, in meinen Augen, Tanks, Heiler und Melee sind sehr, sehr gut gebalanced. Bei Mages und Physical Ranges könnte man noch ein bisschen was machen. Gerade Maschinist und Black Mage könnten da nochmal ein bisschen Potion C gebrauchen. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und wer noch nicht hat, drückt gerne den Abo-Button, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos hier auf dem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus.